so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings meine lieben ja zu einem weiteren orakel heute mal wieder ein orakel mache ich dann eher immer so mit gemischten gefühlen es geht um die dreier konstellation er du und sie das heißt einer ist immer der depp je nachdem wie es läuft aber wir wollen auch da mal reinschauen weil ich ja wieder in letzter zeit vermehrt anfragen für readings oder persönliche readings bekommen wo eine dreier konstellation da ist ja da ist er hat was mit dir ist aber noch vergeben oder es gibt eine andere frau noch dabei die gibt vielleicht keine ruhe na er bewegt sich irgendwie auch in keine richtung gibt es alles ganz ganz viele möglichkeiten und deswegen machen wir das heute natürlich mal in der kollektivenergie und schau mal ob du jetzt in resonanz gehen kannst mit deinem thema dass du das so hast wenn nicht sage ich natürlich immer jedes mal dazu wenn du in so einer situation bist und klarheit möchtest ja oder auch mal von mir dann einen tipp als man zu so einer situation dann melde dich bitte gerne bei mir meine nummer ist immer unten in der infobox schreiben einfach eine whatsapp dann werde ich dir ganz persönlich helfen aber jetzt schauen wir natürlich erst mal ob du hier in resonanz gehen kannst beziehungsweise was wir jetzt hier überhaupt ziehen na drei ist einer zu viel er du und sie da wollen wir mal schauen dass das orakel jetzt da so hergibt und auch na da muss ich mich ja natürlich erst mal klein machen so und das so klein will ich auch nicht sein okay gut ich habe jetzt mal ihn dich und die rivalin die da ja die schlange ist im deck rausgelegt und wir wollen einfach mal schauen was kriegen wir denn da so für energien her und ich würde sagen wir schauen jetzt als erstes mal bei ihm was sieht man denn da so an energien wie geht es ihnen denn gerade so in dieser dreier konstellation und da kommt schon eine interessante karte aus dem deck das sind die neuen schwerter ja und das ist ja meine nicht lieblings karte weil da geht es einfach ums grübeln da geht es ums nachdenken da geht es um ja vielleicht auch schlechte gedanken da geht es ums kopf kino also denk 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 bei ihm gerade zu sehen mit den neuen schwertern grübelei und kopf kino also da macht er sich wahrscheinlich schon mal gehörig gedanken was das jetzt hier eigentlich für eine situation sein soll viele männer in der partnerschaft und haben dann eine geliebte da ist ja alles wunderbar daheim ist dann das nestchen die geliebte da hat man dann seinen spaß aber irgendwann entwickeln sich da auch seitens der geliebten gefühle und gefühle in einer sexuellen verbindung ist immer ganz ganz schlecht weil das führt dann dazu ja also er ist jetzt hier am grübeln am kopf kino haben was jetzt hier gerade überhaupt phase ist ist das jetzt der richtige weg oder nicht was soll ich tun was soll ich lassen und von daher schauen wir jetzt mal rein was wir dafür klärungskarten bekommen in das waren zu viel in bezug auf diese neuen schwerter weil das ist ja kopf kino na ok da meine karte die koffer na gut das ist jetzt nur noch die erweiterung dessen was wir schon sehen da geht es natürlich um ein schweres gepäck da hat einer zu tun da hat einer gedanken zu viele gedanken schwere gedanken weiß vielleicht auch nicht wie geht es jetzt weiter was soll ich denn tun aus dieser ursprünglichen leichtigkeit des der mixtur aus partnerschaft und geliebten mag ihr vielleicht eine zeitlang gut funktioniert haben aber da ist jetzt mittlerweile ein schweres gepäck draus geworden und dann schauen wir noch mal weiter ja wir sehen ein geschenk ok also ja aus diesem wie es vielleicht gerade auch gesagt hat aus diesem geschenk der der zuneigung und des austauschs von körperflüssigkeiten ist jetzt hier irgendwie ein schweres gepäck und das übelste kopf kino geworden also ganz ganz viel denken ganz ganz viel grübeln was mache ich jetzt weil und das werden wir vielleicht auch gerade sehen sich hier irgendetwas getan hat also in dieser dreier konstellation muss sich ja irgendetwas verändert haben irgendwas muss jetzt da passiert sein dass dem guten mann die leichtigkeit verloren gegangen ist entweder machst du druck dass du ihn jetzt willst er müsste sich ja hier trennen oder sie hat irgendwas rausgefunden und er muss sich jetzt von dir zurückziehen also sieht mir aus als müsste er jetzt irgendetwas tun weil irgendwas hat sich in der ganzen situation geändert dann schauen wir mal was wir da haben ja bei ihr der page der schwerter so unter der page der schwerter das ist ein pursche ein pursche der strebt nach klarheit der will was wissen der kapasche der schwerter ist auch so eine karte für einen stalker ja also der will schon klarheit haben wenn ich jetzt hier bei ihr da oben rein schaue und da kommt jetzt erst mal schon der page der schwerter der ja da ein kleiner stalker ist ja der da auf jeden fall schon mal wissen will was ist denn hier eigentlich in meiner beziehung los vielleicht mein mann ist auf einmal irgendwie komisch der kommt vielleicht später heim oder telefoniert heimlich dass ich hier schon sagen kann irgendwie hat die wahrscheinlich etwas bemerkt na also das ist nun mal so eine interessante sache der page der schwerter weil meine lieben der will es wissen na vielleicht hat sie ja irgendwie was herausgefunden oder vielleicht hat sie ja auch irgendwie was gemerkt weil wir wissen ja alle frauen haben ein sehr sehr gutes bauchgefühl alle frauen und ganz viele frauen wissen natürlich schon auch ja da passt das nicht da muss ich mal genauer reinhorchen mein mann mein freund ist irgendwie komisch geworden ok also ja in dem fall bist du jetzt diese schlange weil wir schauen wir bei ihr rein die schlange ist ja ihre rivalin also sprich du sollen jetzt bist du bei ihr da oben aufgetaucht wahrscheinlich bestätigt sich jetzt schon der verdacht dass sie irgendwie hier klarheit haben möchte in bezug auf eine andere frau und jetzt wird es natürlich auch schon spannend nach weil wenn es hier schon so ausschaut kann ich mir jetzt schon so ungefähr vorstellen warum bei ihm wie liege ich denn das jetzt eigentlich auch ich könnte sie auch so machen ja warum denn bei ihm jetzt hier so ein komisches chaos entstanden ist also es schaut mir aus als würde sich die schlange jetzt hier mal klarheit verschaffen und sagen hey mein lieber freund was ist denn hier eigentlich bei dir gerade los du bist irgendwie anders bist irgendwie komisch weil ein mann da kann nicht auf dauer irgendwelche dinge verheimlichen dafür ist ja viel zu plump ja was ist das die routen ok die routen diskussionsstreit zweifel also da kann es natürlich jetzt auch gut sein dass sie dann schon berechtigte zweifel an den dingen hat die gerade bei ihr zu hause oder bei ihnen zu hause vor sich gehen also ich kann jetzt schon mal ganz klar feststellen die schlange hat lunte gerochen ja und das liegt jetzt für mich hier schon nach ärger na deswegen kommt hier wahrscheinlich auch sein kopfkino zustande und das schwere gepäck wo ich habe ja ein schönes geschenk bekommen aber ich habe jetzt auf einmal schweres gepäck und kopfkino weil daheim habe ich irgendwie nicht hingekriegt das zu verheimlichen aber man kann auf dauer nicht irgendwie sachen verheimlichen es sei denn in deren beiden der beziehung ist die luft raus und keiner interessiert sich mehr für den anderen da mag das schon funktionieren aber wenn sie jetzt hier schon feststellt moment mal hier passt irgendwas nicht da muss ich mir mal klarheit verschaffen weil ich habe irgendwie berechtigte zweifel ist das schon eine andere hausnummer also wir schauen jetzt aber mal weiter was sieht man bei dir das sind die drei der münzen so und bei den drei münzen ja das eigentlich ganz schöne karte da geht zum ausbau aufbau etwas zu verbessern da gibt es was ja ich sage einfach mal diese partnerschaft ihr da habt zu verbessern etwas daraus zu machen die stehen da und die planen so ihre sachen na was was tun wir als nächstes und daher ist das eine ganz gute karte wenn ich nach deinen energien frage ich nämlich da geduldig war nicht zugeduldig aber schon relativ geduldig dass du sagst okay das mag wohl dauern da gibt es noch themen sachen bei ihm vielleicht hat er dir ja auch versprochen er trennt sich ja das ist ja auch so ein klassiker ja ich liebe dich bei mir daheim ist nur noch wie bruder und schwester ich komme bald zu dir ja und im endeffekt hat er ja überhaupt keine veranlassung sich zu bewegen weil da hat er ja seine frau da hat er ja dich keine weiß von der anderen es läuft wieso sollte er sich dann auch bewegen aber dieser zustand ist jetzt vorbei weil ich habe so das gefühl dass seine frau hier auf jeden fall mal hellhörig geworden ist was das alles angeht schauen wir mal was wir bei dir noch sehen weil die drei münzen wie gesagt eine schöne karte da die man zeit da hat jemand geduld etwas aufzubauen zu planen also ist eigentlich gar keine verkehrte sache ja klar und da geht es um die um die stabilität um den halt um die sicherheit die liegen jetzt auch mal meine karten durcheinander gemacht mein kleiner monk rebelliert so der anker stabilität halt sicherheit ja dass da etwas festes entstehen kann also du arbeitest daran dass das hier etwas wird vielleicht kommt dir das da ja auch ganz gelegen was da oben gerade passiert weil irgendwas muss ja mal passieren damit er sich bewegt schauen wir mal was man noch liegen der schlüssel der schlüssel ist die erfolgskarte im deck somit kann ich dir jetzt schon sagen dass es bei dir in der energie darum geht an dem ausbau oder an dem aufbau dieser die beziehung dieser partnerschaft die namen die sicherheit in die festigkeit zu kommen ja der schlüssel natürlich auch die erfolgskarte er öffnet sich die du öffnest dich ihm also du bist hier fest in dem glauben dass das was wird er hat gerade ganz andere sorgen nämlich dass hier alles auffliegt was er sich vielleicht gerade erarbeitet hat ja also da geht es gerade zur sache deswegen wird es jetzt einmal spannend zu sehen was sieht man denn da unten in den tendenzen jetzt da wollen wir mal reinschauen was man da noch für karten kriegen aber das ist eine spannende legung spannendes orakel 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 nein die war vorher da das ist ein wer ist das dass der hier fand oder hier fand ich zeige ihn euch mal wie er so da sitzt der hier fand da geht es natürlich um ja eine höhere stufe in einer beziehung um um spiritualität lehre da geht es auch um erkenntnisse zu haben na ja auf jeden fall die erkenntnis die wir ja jetzt hier schon mal gewonnen haben ist dass bei dir alles paletti ist alles gut hier ist überhaupt nichts gut und hier ist auch irgendwie überhaupt nichts gut das spricht ja dafür dass hier bald etwas eskalieren wird also wenn du jetzt bei mir ein reading buchen würdest und würdest sagen schau mal bitte in die karten ich habe einen liebhaber der mir verspricht zu mir zu kommen aber irgendwie geht da nichts voran da kann ich dir ganz klar sagen doch da geht schon was voran hier schaut aus als würden die dinge bald eskalieren weil sie hat lunde gerochen er ist jetzt in zugzwang er muss jetzt etwas tun daher ist es natürlich schön zu sehen dass es hier eine erkenntnis geben wird eine erkenntnis vielleicht auch seinerseits wo die reise jetzt hingehen weil er muss sich ja jetzt irgendwie entscheiden schauen wir mal was man das so macht sie ja da ist der stern gefallen gut der stern steht er auch immer für klarheit fülle und für wunscherfüllung ja also er hat hier schon vorstellungen die jetzt ja wahrscheinlich einen gewissen druck bekommen von hier oben also er muss jetzt hier etwas tun die koffer werden immer schwerer die schwerer werden immer mehr das geschenk das bist du das liegt ja immer noch da also es sieht mir so aus als würde hier bald eine erkenntnis stattfinden und eine klarheit in bezug auf sein thema also der der sich jetzt bewegen muss man muss ist ein ganz schlimmes wort ist er so und das wird natürlich sehr spannend oder haben jetzt noch die fische bekommen ja da geht es um partner partnerschaft gefühle ja und dass die dinge wieder im fluss sind der baum ist jetzt auch noch gefallen also wenn ich mir sage hier der baum stabilität und wachstum dass ich hier eine erkenntnis sehe dass ich hier die wunscherfüllung sie die gefühle sie weil es immer doch mal ehrlich wenn er noch für sie gefühle hätte dann würde sie ja gar nicht betrügen naja ist halt einfach nur ja zu träge irgendetwas zu unternehmen aber ich schaue ich sehe dass dass er jetzt schon hier bald mal etwas tun muss also er muss jetzt in die aktivität kommen weil sonst wird er wahrscheinlich irgendwann auch vor vollendete tatsachen gestellt man könnte jetzt noch eine legung machen ob sie ihn verlassen wird wenn das rauskommt ist aber jetzt dann ein anderes video das ginge hier auf youtube zu tief rein dafür sind die persönlichen readings da aber ich kann dir hier auf jeden fall sagen da wird es bei richtig scheppern im karton und da kann sich mal einer ganz warm anziehen aber es sieht mir so aus als kann ich hier vorsichtig positive tendenzen aussprechen ja dann würde ich sagen bleibt gesund seid lieb zueinander wir sehen uns dann beim nächsten video und danke fürs zuschauen